Ich habe mich vorbereitet, liebe Leute. Willkommen zurück zu Epic Chef. Wie ihr bereits sehen könnt, haben wir Wednesday, den 24. Ich habe ein kleines bisschen vorgearbeitet, um zu farmen. Denn das nächste, was wir anstreben müssen, ist tatsächlich Thorapios Aufgabe. Ich habe sehr, sehr viel gefarmt, wie man hier sehen kann. Ich nehme hier mal die Äpfel mit, die ich, ich weiß nicht, weswegen ich sie nicht aufgesammelt habe. Ja, wir haben, das kann ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Ich habe Rinderhack vorbereitet. Das ist das Erste, was ich jetzt hier, ich wollte einfach mal ein paar Sachen zubereiten, damit ich gute Grundnahrungsmittel für den Kochwettbewerb habe. Ich habe Spezialteig. Ich habe die Geistoffel. Ich habe Käsesoße. Dreimal, denn das ist Raffinesse. Sorgt dafür, dass der Jury Raffinesse gefällt und sie erhöht die Raffinesse-Punkte in den folgenden Gerichten mal zwei. Für zwei Gerichte geeignet. Also eigentlich hätte ich es nur zweimal gebraucht, weil wir ja insgesamt drei Gerichte kochen müssen, wenn ich sie im Hinterkopf behalten habe. Dann haben wir hier Pilzsoße plus zehn Raffinesse. Davon muss ich gleich noch eine machen. Eine will ich noch machen. Dann habe ich Fleisch gefarmt. Das werde ich jetzt auch gleich mitnehmen. Also wir müssen auf jeden Fall noch mal ganz kurz meine Sachen ablegen. Ich habe nämlich hier, wie ihr sehen könnt, auch das habe ich weiter ausgebaut. Ich habe hier weitere Lagerstätten für Holz. Damit wir da auch vorbereitet sind, falls da mal wieder was kommen sollte. Genau. Und ansonsten, genau. Nehme ich jetzt einfach meine verschiedenste Sachen mit. Habt ihr euch schon Milch gegeben mittlerweile, ihr Küchen? Habt ihr schon Milch gegeben heute? Wäre nett. Bevor ich euch umbringe. Zumindest eine von euch muss dran glauben. Die, die zuletzt Milch gibt. Also gebt euch Mühe. Kühe. Gebt euch Mühe, Kühe. Ah, das ist so witzig. Ne, ernsthaft. Die können sich ruhig mal ein bisschen... Vielleicht um neun Uhr. Um neun Uhr wird gepinkelt, oder? Warte. Und gleich ist neun Uhr. Achtung, dann ploppt die Milch raus. Bin mir ziemlich sicher. So viel Zeit hatten wir noch. Achtung. Komm. Komm. Ne, komm. Neun Uhr jetzt. Dingelingeling. Kik, 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 kik. Ne, kuk, kuk. Was macht's? Alter, neun Uhr jetzt. Ja, genau. Und trotzdem keine Milch. Ja, dann kann ich euch auch nicht helfen. So, einer von euch muss dran glauben. Ich will jetzt... Ich will jetzt Fleisch haben. Guck mal, wir gucken uns das jetzt mit ganz genau an hier. Und. Hallo. Und. Und. Ja. Ja, es ist schön. Ja, es geht ihr gut. Guck mal, und die andere fängt's auf. Die eine wird geschlachtet, und die andere fängt ihre Überreste auf. Das nennt man mal gute Arbeitsteilung hier, ne? Genau. Also, was habe ich vor? Ich werde hier verschiedenste Sachen mitnehmen, wie ihr sehen könnt. Nehme ich verschiedenstes Zeug mit. Hier auch noch ein bisschen Milch mitnehmen. So. Um letztendlich die beste Ausgangssituation zu haben, wenn wir kochen. Wir haben dann verschiedenste Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren. Ähm, hier noch ein bisschen Rattefleisch habe ich ja jetzt. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren. Um ein fantastisches, super, mega geiles Hammerrezept herzustellen. Ja, und ich denke, dann sind wir gut aufgestellt. Ich weiß, es wird hart. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Kampf echt hart wird. Aber trotzdem glaube ich ganz fest daran, dass wir es schaffen können. So, eine Pilzsoße will ich noch herstellen. So. Gut. Ursprünglich wollte ich übrigens mal diese Soße herstellen. Ich kann sie aber noch nicht herstellen. Die Geistoffelsoße. Erhöht den Wert für Raffinesse Geschmackspunkte in der Pfanne um mal zwei und verleiht plus 50 Energie. Aber mir fehlt diese ätherische Katsuobushi. Keine Ahnung, wie man das herstellen kann. Aktuell fehlt es mir halt einfach. Gut. Übrigens habe ich mir überlegt, ich weiß, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen gehatet, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich, um erinnern, da ist schon wieder voll. Ich werde wahrscheinlich nicht abspeichern, falls ich jetzt das Kochduell verlieren werde. Warum? Weil mir gehen ja die ganzen Sachen, die ich vorbereitet habe, gehen mir ja flögen. Ich habe das ja extra mit Absicht, habe ich ja jetzt so viel gefarmt, damit ich gut vorbereitet mit vielen guten Zutaten in den Kochwettbewerb eingehen kann. Und wenn ich es jetzt rausstellen sollte, was ich vermute, dass der Kochwettbewerb dann irgendwann mal, ja, nicht zu meinen Gunsten, sondern gegen meine Gunsten ausfällt, dann möchte ich das tatsächlich ein bisschen risetten. Und dann, damit ich die ganzen Sachen nicht verliere. So, wir haben Fleisch, wir haben Ratte, wir haben, wir haben dieses, diesen Teig, wir haben Milch, wir haben Äpfel, wir haben Kartoffeln, Karotten, ähm, Reis. Ich glaube, ich kenne noch eine Mandragora und, ich nehme noch eine Mandragora und ein, eine Karotte mit, oder? Mehr kann ich nicht mitnehmen. So, und eine Karotte. So. Ja, ich weiß, ich könnte mehr mit meinem, mit meiner, mit meinem Birch hier mittransportieren. Die muss übrigens auch wieder gefüttert werden. Die Straußendame. Ich gehe mal schon aus, dass es eine Dame ist. Ich weiß nicht, wieso. Birch. Vielleicht muss ich ja auch an Thora Birch denken. Das ist eine Schauspielerin. Von der hat man auch schon lange nichts mehr gehört, ne? Mh, ja. Das ist eine Dame und ich kann natürlich bei ihr was lagern, aber das sollen wir ja nicht. Wollen wir ja nicht. Sollte die Geistoffel, hätte ich die mehrere Male machen sollen? Wartet mal, ich muss mir gerade überlegen. Ich bin so unsicher. Hier, guck mal, plus 15. Ja gut, wir haben sie, wir haben sie einmal. Ich will es einfach mal ausprobieren. Komm, wir sind jetzt einfach mal, vielleicht kriegen wir es ja hin. Ah, Zest. Wie kann ich dir behilflich sein? Bist du bereit, die Herausforderung von Schiffkochtherapie anzunehmen? Eigentlich nicht wirklich. Naja. Ah, hier, guck mal, hier steht was. Bin ich bereit? Ich brauche Zutaten für ein Drei-Gänge-Menü. Etwas Soße, um etwas Raffinesse. Was? Geschmäcker des Jurors. Aha. Ich brauche Zutaten für ein Drei-Gänge-Menü. Etwas Soße, um etwas Raffinesse reinzubringen. Und mindestens eine Geistoffel. Warnung, verlorene Bosskämpfe setzen das Spiel auf den letzten Spielstand zurück. Ah, okay, dann ist es ja aber gar nicht so schlecht. Dann muss ich ja gar, dann hab ich ja gar kein, ich hab das gar nicht vorgehabt. Das Spiel zwingt mir das auf. Ne, ähm, das passt eigentlich ganz gut. Das heißt, wir brauchen weder Fleisch, noch Hackfleisch, noch... Oder ne, wobei, da steht Mandragora. Das ist alles noch gesperrt. Ich probier's jetzt einfach aus. Ja, ich glaub, ich bin bereit. Alles klar. Dann bereiten wir den Transport zum Typ vor. Ach, das ist nicht nötig, ich kann laufen. Aber die Stadt ist im Lockdown. Du müsstest dich mit einer Menge Bürokratie ummerkern, bis diesen Verfluchsspion zu finden. Wir können dich als Gast reinlassen, aber du müsstest deine offiziellen Transportmittel benutzen. Wie glamourös. Was wird das sein? Eine Kutsche? Ein schickes, mekanomagisches Gerät? Sowas in der Art. Achtung, jetzt kommt's. Ich hab eine Lieferung für den Kulinarium-Turm. Hm, bitteschön. Gut. Los geht's, Rufino. Ich bin in einem Sack transportiert worden. Das passt so zu mir. Was ist denn das für ein Geräusch? Neue städtische Sicherheitsvorschriften. Um zu verhindern, dass Personen von einem rückwärtsfahrenden Wagen erfasst werden. Verstehe. Aber wie hast du es geschafft, dass der Esel solche Geräusche macht? Oh, das ist leicht. Also du nimmst eine Pfeife, ein Stöpsel und eine Tüte mit Bohnen und... Weißt du was? Vergiss meine Frage. Was bringst du heute? Eine Kompostladung. Und... Chest. Chest? Das sind Säcke. Nein, das ist ein Typ namens Chest oder so. Ich bin Zest. Oh, der Herausforderer. Geh rechts zum Turm. Aber nur du darfst eintreten. Deine Freunde müssen im Wagen bleiben. Weiter geht's. Meine Freunde. Ja. Du meinst die Tüten. Äh, ja. Du willst damit also geschickt andeuten, dass ich ein Sack voller... Bieb bin. Wahrscheinlich, weil ich nicht in der Innenstadt wohne. So hab ich das nicht gemeint. Warum mich so beleidigt, ist es mir schwefelhaft. Du, ähm, hättest es einfach hinnehmen und weitergehen sollen. Nun, ich werde es definitiv nicht einfach hinnehmen und weitergehen. Ich habe genug davon, dass alle in dieser Stadt glauben, sie können einem eine Beleidigung um die Ohren hauen, und man sie einfach hinnimmt und dumm grinsend davon spaziert. Äh, ich erwarte eine Entschuldigung, Sir. Ich bin definitiv nicht gekommen, um mich von einem nutzlosen Pförtner beleidigen zu lassen. Aha. Aha. Du fühlst dich auf wie ein Graf Koks. Aber du hast mich aufgrund meiner Arbeit verurteilt, Mister. Du solltest aufhören, mit dem Finger zu zeigen. Ich habe deine Arbeit nicht schlecht gemacht, sondern deine Arbeitsleistung. Zu den Aufgaben meines Pförtners gehört nicht, die Leute zu beleidigen, die man nicht ausstehen kann. Deine Aufgabe ist es, Eindringlinge fernzuhalten und Gäste hereinzulassen. Wenn du jedoch Gäste beleidigst, erschwerst du die Abwicklung, verbreitest schlechte Stimmung und förderst Probleme. Ein missgünstiger Pförtner ist nicht besser als ein dreckiger Filter. Darum habe ich dich als nutzlos bezeichnet. Dich ganz besonders. Schon gut. Entschuldige dich einfach und verspreche es in Zukunft besser zu machen. Das ist ganz schön dick aufgetragen für eine Person, die einen mistigen Kompostwagen fährt. Hey. Beschämend. Ich... Nein. Also bitte. Es ist nur so, dass... Der Wagen sollte nicht stinken und... Das ist Kompost, Barlow. Er muss verdammt nochmal stinken. Und du solltest kein aufgeblasener Idiot sein. Und trotzdem ist es so. Entschuldigung. Na geht doch. Dich habe ich nicht gemeint. Geh schon. Man erwartet dich bereits. Ich denke, die Sache ist gegessen. Alter, diese... Diese... Gespräch ist einfach zu göttlich. Wow. Wir haben was Neues. Ja, cool. Aber ich glaube fast, ich bin jetzt dann ein bisschen nervös. Da bist du endlich. Ich hoffe, du bist bereit. 100% bereit. Geh direkt in den Warteraum. Wir sollten wirklich nicht so offen reden, sonst werden die Leute misstrauisch. Sie werden doch misstrauisch, wenn du flüsterst und dich umsiehst. Entspann dich. Wir sind nicht in der... Wir sind nicht der Nabel der Welt. Ich schätze, hier drin passieren Dinge, die deutlich wichtiger sind. Du hast recht. Der Kulinarienturm ist das Experiment... Expi... Epi... Das Epizentrum der Starkküche. Hier werden die Besten der Besten zu wahren Meistern und hohen Kochkunst ausgebildet. Und es gibt auch eine Art Arena, wo sich die Köche gegenseitig die Tochlöffel in die Ohren hauen. Natürlich äußerst respektvoll, nehme ich an. Konkurrenz spornt zu Topfleistungen an. Wir wollen hier keine Freunde finden. Ein bisschen Freundlichkeit schadet nie. Apropos... Ist das Angra da blieben? Hey, Angra! Hat sie mich gerade ignoriert? Was hatte ich dir gerade gesagt? Angra ist nicht deine Freundin, Zest. Sie beurteilt euch. Und sie ist die Jury des heutigen Wettkampfs. Aber sie ist eine von den Netten. Vielleicht war das früher so, bevor sie wusste, dass du ein Koch bist. Heute zählt die Leistung, nicht die Freundschaft. Aber bei uns geht es nicht um Leistung. Wir sind Freunde, oder? Ähm, naja. Natürlich. Na, wenn das nicht... Wenn das nicht unser neuer Herausforderer ist. Sehst du, oder? Äh, ja. Nun, dann sollte ich mir wohl Mühe geben. Der ist ein ganz komischer, ne? Oh, netter Kerl. Er ist überhaupt nicht nett. Hast du eine Ahnung, wer das war? Die einzig nette Person in der ganzen Stadt? Das war Malvaviskus. Malvaviskus. Der Chef der Kritikervereinigung. So viel zum Thema der Nabel der Welt. Was zur Hölle macht er hier? Er ist zum Höheren berufen. Keine Ahnung. Darüber kann ich jetzt nicht nachdenken. Es ist Zeit. Torapio wartet. Du musst das Duell gewinnen. Klar, Ma'am. Oh Gott. Mir ist nämlich gerade aufgefallen. Ich hätte eigentlich noch Eier mitnehmen können. Ich hätte noch Seetang mitnehmen können. Ich hätte noch Krabben mitnehmen können. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin total falsch vorbereitet. Ich habe mega Schiss. Meine Damen und Herren, Beamten des Geschmacks. Ich begrüße Sie herzlich in den Halle des Geschmacks. Heute haben wir ein ganz besonderes Duell für Sie vorbereitet. Wir entscheiden über das Schicksal eines Restaurants in der Stadt. Begrüßen Sie die Kandidaten. Zu Ihrer Link steht ein alter Hase der Arena, der es erneut versucht. Ein Ork, der den Besuchern von Ambrosia noch gut in Erinnerung sein dürfte. Der Touristenschreck. Der Gangsterkoch. Herzlich willkommen. Torapio. Oh, das Bild da oben gefällt mir. Alter, wie cool. Und zu ihrer Rechten ein völlig Fremder, der scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht ist. Ein Mann, der sich nicht nur in der verfluchten Villa niedergelassen hat, sondern auch beschlossen hat, sich mit dem gefährlichsten Koch der Stadt zu messen. Man könnte ihn also als mutig bezeichnen oder als dumm. Aber niemand kann sagen, dass das leicht zu durchschauen ist. Das Daumenkraut. Der Sponti. Der geniale Koch. Zest. Ein bisschen extraig aus, ne? Da haben wir was gemeinsam. Naja, als Genie würde ich mich selbst nicht bezeichnen. Ich auch nicht. Mach dir nicht zu viele Gedanken, wie man dich nennt, Malle. Ich werde deine Karriere beenden, bevor sie richtig angefangen hat. Ich hab gar keine Karriere. Genau. Und die Jury, die den Sieger küren wird, ist ein echter Publikumsliebling. Ankra, die fröhliche Katze. Mach weiter, Chris. Wie Sie sehen, ist sie fröhlich wie eh und je. Aber Sie haben Ihre Worte gehört. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Eine dieser beiden Herren wird diesen Hallen mit einem verfluchten Herrenhaus und dem schlechtesten Restaurant Ambrosia verlassen. Wer von beiden? Wir werden es bald erfahren. Na, na, dann? Kochen! Okay, Runde 1. Reis. Goi, Mama. Okay, wir Goi, Mama. Ich bin total aufgeregt. Also, wir werden... Was ist das hier jetzt zum Beispiel? Wenn es leer ist, kriegen wir sieben rote Punkte. Ich nenne die jetzt einfach bei Farben. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich da die Namen nicht immer 100%ig weiß. Ich nenne sie einfach bei Farben. Hier kriegen wir fünf blaue Punkte. Eigentlich müssen wir auf gelb gehen. Ähm, denn wir werden auf jeden Fall... Ah, hier. Mit Reis zusammen gibt es 15... Also, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Reis reinbringen. Und Reis am besten, wenn vorher... Äh... Wenn vorher was Pflanzliches oder was Neutrales reingekommen ist. Ja, dann machen wir Karotten mit Reis und Geistoffel. Oder? Und einer Soße. Einer Käsesoße. So. Gut. Also. Karotten. So. Uh, und schön umrühren. Ja, das ist wirklich lecker. Dann... Karotten mit Reis. So, ein bisschen andünsten. Genau. Und schön umrühren. So. Und... Die Geistoffel. Ja. So ist sie. Ja, das gibt viele Punkte. Okay, komm. Ich bin gespannt. Das ist mega aufregend. Für mich zumindest. So, Geruch war doch ganz gut, oder? Glaube ich. Haben Katzen diesen Geruch? Ich weiß, Hunde haben einen. Oh, Torapio möchte nicht anfangen. Oh. Das sieht aus wie Reisbällchen. Super. Ach so, jetzt verstehe ich. Die Geschmäcker des Juros können wir abrufen. Die sind aber noch gesperrt. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Das heißt, als nächstes mag er Fleisch, oder wie? Also, Reis ist jetzt nicht mehr drin, oder wie? Okay, 42 zu 6. 54. Okay, die erste Runde. Oh, Gott. Okay, also bis jetzt liege ich vorne. Und jetzt sollte ich etwas machen mit... Wieder mit Raffinesse, aber auch mit dem Roten. Besten Namen ich wieder nicht weiß. Also, Rot und Gelb brauchen wir wieder. Das heißt, ich könnte jetzt... Genau, ich kann jetzt den Spezialteig verwenden, wenn es leer ist. Also, ich mache auf jeden Fall wieder die Soße rein. Wobei... Ich glaube, ich entscheide mich am Ende für die Soße. Ich schaue mal ganz kurz. Also, wir machen erst mal den Spezialteig an. So. Sehr schön. Gut. Alles klar. So. Genau. So. Der Spezialteig. Dann kann ich jetzt den Reis reinmachen. Das gibt nochmal zusätzliche Bonuspunkte. Mache ich jetzt auch. So. Sehr schön. Gut. Und jetzt würde es mal 1,5 von dem Roten geben, wenn ich die Ratte noch mit rein gebe. Oder mal 1,6 von dem Gelben geben. Wenn ich die Milch reingebe. Oder plus 5 von dem Roten. Hm. Boah, das ist mega schwierig. Oder ich mache die Soße rein. Was ist besser? Die Soße mal 2 oder hier? Macht momentan keinen Unterschied. Warte. Also, ich glaube, ich entscheide mich für... Ich entscheide mich für die Milch. Mal gucken, ob das gut war. So. Schön umrühren. So. Und jetzt geht es drum. Welche Soße machen wir am Ende rein? Entweder die doppelte Anzahl von Raffinesse-Punkten wäre also in diesem Falle 42. Oder wir kriegen nochmal 10. Ne, dann lieber die Raffinesse-Sauce, oder? Genau. Oh Gott. Jetzt wird es interessant. Boah, das ist so krank. Ich finde das voll... Ich finde das voll nervös. Weil ihr mich so Angst gemacht habt. Ihr habt gesagt, ihr müsst aufpassen. Und ich habe echt Angst, dass ich verkacke. So, die Raffinesse-Bonus gehört mir. Weil ich anfangen darf. Gehört mir der Raffinesse-Bonus. Friss Katze. Äh, Katze war ich schon. Häschen. Oder ist es eine Katze? Ne, ist es eine Katze, ne? Ja, guck. Super. Alter, geil. Okay, 180. Ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Dafür, dass wir gar keinen Fisch dabei haben. Eigentlich nur einen Katzenfisch, wenn das eine Katze ist. Okay. Ach du... Oh, 178. Äh, 290. Oh, jetzt muss ich abliefern, Leute. Ich muss abliefern. Scheiße. Jetzt wird es spannend. 10 Punkte Rückstand. Ach du Scheiße. Ah, also wir müssen auf Raffinesse gehen, Leute. Ich glaube, ich habe aber nichts mehr für Raffinesse, ne? Also. Hier kriegen wir Raffinesse-Punkte, wenn vorher die Tomate drin ist. Ich muss gucken, was alles Raffinesse gibt. Da weiß ich es nicht. Der Pilz gibt, ja, der gibt die blauen Punkte. Das ist uns erstmal egal. Das gibt 15... Die hätte ich vornehmen können, ne? Wobei, ne, da steht Minus. Die hätte ich nicht nehmen dürfen wahrscheinlich, ne? Fleisch nehme ich auch mal lieber nicht. Das gibt mal 1,6 Punkte. Ich muss volle Kanne auf Raffinesse gehen. Das wird, das wird echt wichtig sein. Also, das heißt, wir machen auf jeden Fall die Milch rein. Dazu vorher sollten wir auf jeden Fall etwas Pflanzliches oder Erdiges reinmachen. Das heißt, in dem Fall die Karotte. Oder? Oder die Tomate zuerst. Genau, die Tomate. Dann die Kartoffel. Oder? Genau, die Tomate. Die Kartoffel. Und dann die Milch. Oh Gott, ich hab Angst. So. So. Tomate. Kartoffeln. Und dann die Milch. So. Und jetzt... Die doppelte Raffinesse-Poke. Oh Gott, ich hab Angst. Das könnte so böse enden. Ah. Das ist so spannend. Wir kriegen auf jeden Fall diesen... Aber wer weiß, was dann für ein Bonus danach noch kommt. Der Bonus von gerade eben kam ja auch einfach so aufgeploppt. Also, ich krieg den Bonus. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Guck mal. Das ist so eine tolle Kartoffel. Also, so eine geile Kartoffel hab ich noch nie gesehen. Ich nenne sie Perfettoffel. Perfettoffel. Alter, ja. Guck mal. Das krieg ich nicht. Was? Na, wieso denn schon wieder? Ich hab doch den Bonus gekriegt. Nein, er hat auch Kartoffel. Oh, das ist eine knappe Geschichte. Aber es bleibt spannend, Leute. Ja, ich hab schon verloren. Von wegen. Alter. Um 30 Punkte verkackt. Ich habe verloren. Scheiße. Ich habe verloren. Defeat. Es war ein Versuch wert, Leute. Es war ein Versuch. Ihr habt mich gewarnt. Hm? Was passiert jetzt? Ach, jetzt sinnbildlich. Er hat es nur geträumt. Er hat es nur geträumt. Ihr habt mich gewarnt. Ich wollte nicht hören. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt direkt hinten dran, ich hab noch ein bisschen Zeit, ob ich direkt hinten dran den nächsten Versuch starte. Ich glaube, wir brauchen Geisthoffeln. Ich glaube, wir brauchen Geisthoffeln. Es hieß ja absichtlich, oder beziehungsweise, ich denke mal, dass es absichtlich genannt wurde. Du brauchst mindestens eine Geisthoffel. Und ich denke, dass das der Grund war, weil man sonst hier verkackt, warmen sie einen vor. Also, wir brauchen drei Kartoffeln und wir brauchen noch fünf Mandragora. Ne, Quatsch. Ich habe ja schon eine Geisthoffel. Ich kann ja nur immer drei nehmen. Also, wir brauchen jetzt noch drei Mandragora. Und dann nehme ich die Geisthoffeln mit. Was anderes macht keinen Sinn meiner Meinung nach. Eins, zwei, drei. Fleisch und so können wir hier lassen. Wenn ich das richtig interpretiert habe. So. So, da, ne? So. Also. Dann nehme ich jetzt einfach nur der Einfachheit halber mit. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch... Seetang und... Hier, eins, zwei. Ich nehme noch Seetang mit und ich nehme noch Krabbe mit. Weil ich nicht weiß, ob das vielleicht sogar ein kleines bisschen besser funktioniert, als das, was ich jetzt hier habe. Okay, gut. Alles klar. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt hier wieder alles vorbereiten. Das ist immer der Nachteil daran, wenn man hier alles... Wenn man hier alles... Nochmal von vorne machen muss. So. So, Pilze habe ich jetzt auch. So, ich brauche auf jeden Fall noch... Hm. Was brauchen wir noch? Eier könnte ich noch mitnehmen. Genau, Eier und Milch nehme ich noch mit. Boah. Wenn ich jetzt aber wirklich ein Patentrezept hätte. Also, wenn ich jetzt gerade noch mal kurz überlege, was ich falsch gemacht habe. Ähm. Ich glaube, ich habe gar nicht mal so viel falsch gemacht. Ganz ehrlich. Ich glaube tatsächlich, das, was mich reingeritten hat, ist, dass ich mehr hätte auf die roten Punkte gehen sollen, als es mal notwendig war. Im Mittelteil hätten wir deutlich mehr rote Punkte haben müssen. Da hätte ich also mein Rezept ein bisschen mehr auf rot pushen sollen. Und als es um die gelben Punkte ging, da habe ich, denke ich mal, alles richtig gemacht. Und mir fehlten, glaube ich, noch mehrere Geistoffeln. So. So, zwei Milch. Was brauchen wir noch? Warten wir mal den Teig. Den... Ne, der reicht einmal. Okay, Moment. Die kann ich hier noch abgeben. Entschuldigung, dass ich jetzt so wahnsinnig in mich gekehrt bin und darüber nachdenke. Aber müssen wir ja. Okay, auf jeden Fall müssen wir noch Reis mitnehmen. Gerade wenn ich mir jetzt keine Mühe gebe und es wiederprobiere und wiederverkacke, dann seid ihr sauer auf mich. Ne, zwei, drei. So. Also wir haben... Das Fleisch könnten wir hier lassen, ist aber jetzt egal. Ähm... Gut. Alles klar. Apfel könnte ich noch mitnehmen. Davon haben wir noch keinen benutzt. Ja, die geben neun Punkte, das ist gar nicht so schlecht. Okay, wir versuchen es mit Apfel. Dann nehme ich jetzt noch eine Karotte mit und eine Tomate und dann ist gut, oder? So. Jetzt bin ich vollgepackt. Ich denke, wir belassen es so und versuchen es nochmal. So. Okay, gut. Wird heute ein Überlängepart, ähm, aber ich möchte es unbedingt nochmal probiert haben. Vielleicht schaffe ich es ja. Ich glaube, ich würde es sogar rausschneiden, wenn ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich jetzt nochmal verlieren wollte. Äh, sollte... Nein, 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 das muss ich es euch ja nicht nochmal zeigen. Hier nochmal extra zu zeigen, wie ich verliere, wäre ja auch Schwachsinn. Was mich auch interessiert ist, kann man die ganzen Gespräche, die wir jetzt gerade erlebt haben, kann man die skippen? Ich habe ja jetzt gerade eben noch... Ja, genau. So. Ich glaube, ich muss einfach durch, durch, durchklicken, ne? Oder kann ich hier? Ne, tatsächlich, ich muss durchklicken. Ne, ne, es gibt keinen Knopf. Schade. Ja, da müsste ich sowieso schneiden, eigentlich. Ich kann ja ein bisschen drüber quatschen. Na, und, habt ihr schon mal jemanden beleidigt, der Pferdner ist? Nein, man sollte niemanden wegen seines Jobs beleidigen. Ohne Witz, jeder Job ist wichtig. Vor allen Dingen die Jobs, von denen du denkst, dass sie niedere Jobs sind, sind eigentlich wichtig. Stell dir mal vor, du müsstest etwas machen, was du gar nicht machen möchtest. Beispielsweise, du bist jetzt ein Mensch, der es nicht schafft, anderen Leuten den Hintern abzuwischen. Solche Menschen muss es aber auch geben. Gerade die für die Leute im Altenheim oder für Leute in den Kitas, die halt den Babys den Hintern abwischen müssen, wenn es notwendig ist und so. Solche Leute muss es auch geben. Und sei froh, dass es diese gibt. Sonst müsstest du das machen. Oder halt eben, müssten es halt Leute machen, die es nicht machen wollen. Und dann wird die Arbeit normalerweise ziemlich schlecht gemacht, würde ich mir vermuten. So, jetzt geben wir uns wieder volle keine Mühe. Der einzige Vorteil, den ich gesehen habe in dem, was ich gerade eben gemacht habe, ist, ich habe immer angefangen. Das heißt, ich habe immer Bonuspunkte gekriegt. Und das ist gar nicht so schlecht. Generell bin ich auch der Meinung, vielleicht, ich weiß nicht, muss man vielleicht hier auch eine Zutat haben, die man vielleicht noch gar nicht kennt? Muss ich vielleicht auch abwarten? Diese eine Soße, von der ich euch erzählt habe, mit der Geistoffel, müssen wir eine gewisse Soße, können wir machen. Ne, nicht, es ist ähnlich wie die Geistoffel. Es ist so eine Art Geistoffel-Soße. Die kann ich ja noch nicht machen, weil mir die Zutat fehlt. Vielleicht muss ich auch abwarten, bis ich dieses habe. Und dann wird es erst machen. So, also. Jetzt geht es darum, erstmal Reis zu verleihen. Auf jeden Fall benutzen wir Reis. Wenn wir die Karotte drin haben... Genau. Genau, wir brauchen eigentlich nur Reispunkte jetzt gerade aktuell. Das sind unsere Besonderheiten. Das heißt, wir fangen mit der Karotte an, oder? Na, das hebe ich nur noch auf. Ja, wir fangen mit der Karotte an. So. Genau, wir fangen mit der Karotte an. Dann machen wir mit... Reis weiter? Mal 1,6. Nur überlegen. Ich mache auf jeden Fall mal Reis rein. So. So, Reis ist drin. Und jetzt die Geistoffel, oder? Genau. Die Geistoffel sollten wir eigentlich immer reinbringen, glaube ich. Und jetzt noch eine Soße dazu. Entweder die Pilzsoße oder die doppelte. Ja, auf jeden Fall doppelte, oder? So. Und servieren. Ja, mit dreimal Geistoffeln sollte das doch eigentlich nicht machbar sein. Es waren ja nur 20 Punkte Unterschiede, oder? Schauen wir mal. Ich gebe dir auch Katzenminze. Katze. Bringe ich dir nächstes Mal mit. Mische ich ein bisschen unter das Essen. Das ist wie Drogen für Katzen, oder? Uh. Nice. Genau. Den Bonus habe ich mal sicher. Aber ich finde es gut. Um jetzt schon mal ein Fazit über dieses, über dieses, äh, über dieses, dieses Kochduell abzuliefern, äh, zu geben. Ich, ich finde es echt gut. Mir macht es Spaß. Ich will, ich möchte wirklich weitermachen. Ähm. Und, und, und das motiviert. Auch wenn es schwierig ist. Es motiviert wirklich. So. 85 zu 54. Sieht ja schon mal gut aus. So. Also. Wir brauchen Rot und wir brauchen Geld. Aha. Ich kriege eine Apex Legends Einladung. Warum schickt mir jemand eine Einladung? Was soll das? Mensch, Luki 5000. Aber der schickt mir jetzt aber nicht 5000 Mal diese Einladung, ne? Weil dann muss ich ihn auf jeden Fall von der, von der Freundesliste schmackt. Oh Gott. Okay, Luki, du bist von der Freundesliste geschmissen. So. Also, wir brauchen, genau. Jetzt können wir auf jeden Fall die, das Mähl hier reinmachen. Tja, Luki. Selber schuld. Du bist von der Freundesliste geschmissen. Wer mich nervt, den schmeiße ich von der Freundesliste. So. Okay. Jetzt könnte ich noch Reis reinhauen. Es gibt blaue Pluspunkte, aber die brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Och man, Luki. Alter. 50.000. Du bist auf meiner roten Liste. Du wirst gesperrt. Ja, endlich hat er aufgegeben. Nein, hat er nicht. Vielleicht hat er gesehen, dass ich zu lange Epic Chef gespielt habe. Er hat gesagt, das geht nicht. Ich hoffe, ich spiele jetzt endlich was anderes. So. Äh, vor allem in Epix Legends habe ich nie auf der Switch gespielt. Das kommt auch erschwerend hinzu. Was können wir sonst noch machen? Also, wir können die... Genau, wenn wir Reis reinmachen... Wir müssen eigentlich Reis reinmachen und die Geistoffel, weil erst dann hat die Geistoffel ihren Bonus. Von dem her muss ich das eigentlich so machen. So. So. Genau. Jetzt die Geistoffel. So. Genau. Sehr gut. So. Und jetzt noch die Soße. Und zubereiten. Äh. Servieren. Ja, ich weiß, der rote Bonus ist jetzt wieder nicht wirklich groß vertreten. Aber ich kriege ihn zumindest... Ja. Was anderes geht halt nicht. Ich muss mich auf eins konzentrieren. Ich muss mich auf eins konzentrieren. Und das ist meiner Meinung nach die gelben Punkte. Die sind wichtiger. Weil die halt ständig vorkommen. Okay, Lukui, du hast nochmal... Wenn du dich jetzt nicht mehr meldest bei mir mit der Einladung, dann hast du nochmal eine Schonfrist. Weil so eine Einladung schicken finde ich ganz in Ordnung. Kann man ja mal machen. Vielleicht habe ich ja wirklich Bock mal dazu. Aber mich nerven im Sinne von... Hier, mach, 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 mach. Es waren jetzt mindestens fünf oder sechs Mal eine Einladung geschickt. Ähm, das finde ich dann nicht so prickelnd. Aber wenn das jetzt gut sein lässt, dann hast du nochmal eine Gnaden-Schonfrist. Ja, ich bin immer noch vorne. Ja. Okay, das Blatt wendet sich, Leute. Ich schaffe es. Ja, mach doch die Geschirr... Das Geschirr ist nicht kaputt. Was ist los mit? Ja. Du bist kein guter Charakter. Du machst Geschirr einfach so kaputt. Was fällt dir ein? So. Jetzt könnte ich ein bisschen auf Bonus gehen. Warte mal. Ich habe eine Idee, wie ich noch mehr Punkte bekomme. Indem ich die Milch noch mit reinbringe. Ähm, ich mache jetzt den Reis rein. Und dann die Milch. Und dann die Geistoffel, oder? Okay, ich fange mal mit Reis ab. Das ist auf jeden Fall das erste, was ich mache. So. So. Dann die Geistoffel. So. Sehr schön. Super. Und jetzt die Milch. Ja, genau. Oh, das gibt noch mehr Punkte. Doch, ich glaube, das war das... Ich glaube, das ist mein Geheimrezept. Das werde ich mir aufschreiben. Und dann... Alter, 60! 60! 60! Ich habe die Lespunkte! Das gibt 120! Und den Bonus noch von hier. Alter, das müsste ich gewonnen haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Warum habe ich das vorhin nicht gemacht? So. Jetzt stink ab, Torapio. Stink sowas von ab. Heute Special Deluxe XXL Part, wo ich beim Second Try gewinne. So, das ist egal. Die sind auch egal. Hauptsache, die... Ja, Alter, guck's dir an. Das kann der nicht aufholen. Das ist... Das... Kannst du knicken. Torapio, du bist ein Lappen. So viel Raffinesse wie ich, wirst du nie in deinem Leben in einen kleinen Fingerspitze haben. Haus hochgewonnen. Give it! Okay, es ist nur Second Try geworden, aber meine Güte. Hauptsache, wir haben es geschafft, oder? Victory! Oh. Du... Du Madde. Torapio, hast du den Verstand verloren? Nur ein Wort, Boss. Ernsthaft? Es soll... So soll es ablaufen? Du bist derjenige, der die Regeln für diesen dummen Wettbewerb festgelegt hat? Nicht ich? Äh... Mein PC ist ausgegangen? Mein PC ist abgeschmiert? Kann das sein? Hallo? Oh, nee, es läuft noch alles. Oh Gott, mein... 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 Mein Monitor ist gerade ausgegangen. Oh, ich hab gedacht, die Aufnahme wäre... Wäre... Wäre kaputt. Oh Gott. Entschuldigung, Leute. Ernsthaft? So soll es ablaufen? Du bist derjenige, der die Regeln für diesen dummen Wette festgelegt hat. Nicht ich. Ich dachte, du hast... Hast gewisse Standards. Du verdienst das Restaurant nicht. Und du? Wenn dir das Restaurant wirklich wichtig wäre, wären wir hier. Gar nicht hier. Du solltest deine Fehler angehen, nicht deine Kunden. Du... Du hast recht. Ich trete zurück. Was? Du erzählst, was du aufgeben, Boss? Ich gebe nicht auf. Ich bin besiegt worden. Aber ich wurde schon besiegt, bevor ich diese Arena betrat. Mein Schicksal wurde an jedem Tag entschieden, als ich zum Star-Koch wurde. Ich habe die Spitze erreicht und wurde selbstgefällig. Ich habe vergessen, dass man jeden Tag kämpfen und an sich arbeiten muss. Andernfalls schließt man sich ins Aus, so wie es der Binkornio erging. Ich wollte meine Wurzeln, meine Tradition verteidigen. Aber wenn man sich verteidigen will, muss man am Ball bleiben. Und ich habe verpennt. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt. Tief im Inneren wuchste ich Bescheid. Mein einstiger Stolz kehrte sich langsackend Verachtung und Wut. Und meine Kunst ist so vollkommen wie meine Seele. Aber das hat lange genug gedauert. Zest. Die Binkornio gehört, die kümmer dich gut darum. Dieser Mann ist willkommen im Bezirk und jeder, der in Blöd kommt, kriegt es mit mir zu tun. Kapiert? Ja, Sir. Naja, danke, Torapio. Aber ich habe auch etwas zu sagen. Was gibt es? Mein Sieg kommt nicht von ungefähr. Ich hatte Hilfe von außerhalb. Also ist es nicht nur mein... Das solltest du nicht sagen. Ach, Jucke? Welche Art von dir hier... Hast du jemanden bestogen? Nein, nein. Nur ein Rat von einer professionellen Küche. Mitriell. Ein Mitglied des Kulinarium. Kulinarium. Ich verdanke ihr meinen Sieg. Mitriell? Wirklich? Das kommt... Überraschend. Aber sich ein Rat einzuholen, verstößt gegen die Regeln. Dein Sieg ist vollkommen berechtigt, Zest. Wirklich? Ich dachte, ich wäre disqualifiziert. Hat sie das gesagt? Ach, aha. Sie schnüffelt sich mal mit meinem Restaurant herum. Sieht so aus, als würde sie mehr bekommen, als sie sich erhofft hat. Hm? Du überbringst die Macht, Bauten. Mitriell, hast du Zest im Wettkampf geholfen? Ich... Ich... Naja. Aha. Nun, nach dem Kulinariumgesetz hast du dich Zest gegenüber als Xux-Chef verhalten, als er um das Restaurant gehöpfte. Und somit wird er zum legitimen Besitzer des Restaurants. Tut mir leid, aber das heißt, du hast diese Position an seiner Seite verdient. Du musst ab jetzt in Zests Restaurant arbeiten und ihm bei der Bewirtung helfen. Glückwunsch, Zest. Ich habe du... Ich glaube, du hast noch mehr als nur in das Restaurant gewonnen. Du hast schon den ersten Mitarbeitern. Ich will dir aber nicht, dies Kacke. Und meine Leute und ich werden sicherstellen, dass sie sich strikt an die Regeln hält. Nein. Tja. Nidriel, das hast du dir wohl gedacht. Bleibst du also noch länger? Klappe! Du hast mein Leben ruiniert. Hey, du hättest mir sagen sollen, wie es läuft, wenn ich die Klappe hätte halten sollen. Es ist nicht meine Schuld, dass du jetzt in deinem eigenen Saft schmorst. Du warst derjenige, der mir mit seinen dummen, edlen, edlen Tat in den Topf gestoßen hat. Du hast bereits gewonnen und musstest ehrlich sein. Aber du hast recht. Es ist nicht deine Schuld, dass du ein gutmütiger Idiot bist. Weißt du, so schlimm ist es gar nicht. Ich dachte, ein Restaurant zu führen ist das, was die meisten Köche in Concordia wollten. Ich wollte mein Restaurant und nicht in dieser Ruine arbeiten und Befehle von einem Idioten ausführen. Ich könnte dich jederzeit feuern. Das würde meine Karriereaussichten zerstören. Dann sind wir wohl aneinander gebunden. Der Klops ist gelutscht. Der Drops. Klops? Äh, Drops, Bonbon, Kaugummi, sowas. Ich habe das mit dem vorherigen Sprichwort durcheinander gebracht. Du hast Klops gesagt. Warum sollte ich Klops sagen? Ich hätte das nicht gedacht. Wollen wir also zusammenarbeiten? Ich habe keinen Schimmer, wie man ein Restaurant führt. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Schön, dass du so enthusiastisch bist. Man sollte immer nach vorne sehen. Letztendlich macht es keinen Sinn, über Unterabschnitt 349b zu klagen. Unter... Unterabschnitt 349b? Würde er nicht. Was? Wovon redest du da? Oh, ich habe dieses Regelbuch vor einiger Zeit bekommen. Ich habe es zuerst kaum beachtet. Aber nachdem ich gesehen habe, was passiert, wenn man eine kleine Regel missachtet, seitdem lese ich es... äh, seit ich re... äh, lese ich regelmäßig darin. Du hast gerade erst damit angefangen, oder? Äh, nicht schon früher. Doch, ich hätte nicht das Bedürfnis gehabt, etwas zu gestehen, wenn ich es gewusst hätte. Letztendlich hatte ich nichts zu verlieren. Und ich wollte niemanden in Schwierigkeiten bringen, der mir nur helfen wollte, oder? Meint... Meint er das jetzt ernst? Oder will er mich nur verarschen? Was ist los mit dem Kerl? Das ist doch eine schöne Hassliebe zwischen den beiden, oder? Dann habe ich jetzt wohl ein Restaurant, aber ich bin müde. Ich schaue es mir morgen genauer an. Neuer Gegend... Binkorniohut! Und neuer... Wolltuna? Surimi? Erwin Holzplanke? Rosateig? Algenpestsoße? Pestosoße? Experimente-Chutneysoße? Krabbenketchupsoße? Marconese-Soße? Die Meistersoße? Rauchige Barbecue-Soße? Da haben wir ordentlich was gekriegt. Also Leute, ich bin mega stolz auf mich selbst. Second Try ist natürlich nicht die perfekte Leistung, aber ich habe aus meinen Fehlern aus der ersten Runde gelernt, habe gemerkt, worauf es ankommt und habe dann mit großem Abstand gewonnen. Daraufhin doch einen Daumen hoch, oder? Ich denke, mit meiner Leistung kann man wirklich zufrieden sein. Es ist selten, dass ich mich wirklich so wohlfühle mit dem, was ich getan habe. Bitte denkt also daran, wenn ihr diesen Part seht. Daumen hoch ist für euch nur ein Klick. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.